Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es um das Thema Wohnmobilkauf. Und zwar richtet sich das Video an alle die von euch, die vielleicht mit dem Gedanken liebäugeln, sich ein Wohnmobil zu kaufen oder vielleicht gerade sogar dabei sind, sich ein Wohnmobil zu kaufen. Und wie ihr sicherlich gemerkt habt, wenn man ein Wohnmobil kauft, da muss man so viele Sachen beachten. Es fängt an von der Aufbauart, möchte man einen Alkofen haben, ein integriertes, ein teilintegriertes, ein Campervan, wie schwer soll es sein? Und dann hat man noch nicht mal sich überlegt, welche Aufteilung das Wohnmobil innen haben soll, geschweige denn, welche Ausstattung rein soll. Und wir wollen euch einfach mal alle die Erfahrungen mitgeben, die wir in den letzten Jahren in den vielen, vielen Wohnmobilen gesammelt haben, mit denen wir unterwegs waren und euch quasi ein bisschen unterstützen auf dem Weg zu eurem Traumwohnmobil. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, warum gerade wir euch da irgendwelche Tipps geben sollen. Und deswegen dachte ich, stelle ich uns mal kurz vor. Also wir sind Benni und Katrin und wir sind in den letzten Jahren, hatten das Glück, in sehr, sehr vielen Wohnmobilen auf der Welt herumzureisen. Wir haben unter anderem eine zweijährige Weltreise gemacht und haben dort einfach die Möglichkeit gehabt, ganz viele verschiedene Arten von Wohnmobilen auch kennenzulernen, von dem kleinen Minicampervan bis hin zum großen, vollintegrierten amerikanischen Luxuswohnmobil. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man erst wirklich das Wohnmobil benutzt, wenn man darin lebt, dann merkt man eben so ein paar Punkte, die einem wichtig sind, auf die man auf keinen Fall mehr verzichten möchte oder Sachen, die man vielleicht gerade nicht unbedingt braucht. Und all die Erfahrungen, die wollen wir euch heute mal weitergeben und euch ein bisschen helfen auf dem Weg zu eurem Traumwohnmobil. Und damit fangen wir jetzt direkt an nach dem Intro. Ganz kurzer Disclaimer zu Beginn. Also das sind natürlich alles ganz, ganz persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind Sachen, die für uns zutreffend sind. Das kann für den einen oder anderen, für euch, kann das komplett anders aussehen. Aber generell sind, glaube ich, schon einige Sachen dabei, die wirklich für die breite Masse zählen. Und das einfach Punkte sind, wo es ganz gut ist, wenn man die im Vorfeld so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und anfangen wollte ich mal für die, die ganz neu in der Thematik sind, mit einer groben Unterteilung, welche Wohnmobile gibt es denn überhaupt. Und ich habe mir, um es einfach zu machen, quasi mal in drei Kategorien aufgeteilt. Das sind zum einen die ganz kleinen Wohnmobile, die sogenannten Campervans. Dann die klassischen Wohnmobile bis dreieinhalb Tonnen. Das sind die, die man eigentlich überall auf Campingplätzen sieht. Meistens ein bisschen groß und weiß und haben oftmals einen Alkofen vorne. Und zu guter Letzt die Wohnmobile jenseits der dreieinhalb Tonnen, die dann schon sehr groß sind und ziemlich in einen luxuriösen Bereich Richtung gehen. Also die Kategorie Campervans, die fängt bei ganz kleinen Wohnmobilen an. Das ist dann so, der bekannteste ist der VW, ein T6 California. Die haben oftmals dieses Aufstelldach oben, wo man dann ein Bett drin hat. Gibt es auch von Mercedes. Dann heißt er dann Marco Polo. Und dann gibt es eine etwas größere Variante. Das ist dann so Sprintergröße. Das sind diese, kennt man so, große Transporter eher, die auch relativ hoch sind. Die gibt es in verschiedenen Höhen. Und das ist so die Spanne, in der man sich da auffällt. Die sind alle unter dreieinhalb Tonnen. Und diese kleinen Wohnmobile, die eignen sich halt hervorragend, wenn man Single ist vor allem. Und auch wenn man kleine Kinder hat. Also wir waren mit so einem ganz kleinen Wohnmobil, waren wir in Neuseeland und Australien unterwegs. Mit zwei kleinen Kindern. Und das hat wirklich super gut geklappt. Man muss dazu sagen, meistens haben die keine Toilette und Duschen. Manchmal haben sie die. Manchmal haben sie so eine Camping-Toilette irgendwie integriert. Also haben meistens keine Dusche. Das ist dann in den größeren Wohnmobilen eben verbaut und der Fall. So, ich gucke hier zwischendurch immer mal auf meinen Spickzettel. Ich habe mir nämlich hier ganz viele Sachen aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse. Ein wichtiger Punkt ist, dass in diesen Camper-Vans oftmals der Komfort aus meiner Sicht wirklich durch die Höhe bestimmt wird. Also es gibt diese, ich glaube, H3-Varianten, die dann wirklich ermöglichen, dass du in dem Fahrzeug eine Stehhöhe durchweg hast. Also dass du aufrecht durchlaufen kannst. Und es dann eben ein ganz anderes Wohngefühl schon gibt, wie wenn du ein kleines hast, wo du dann erst das Aufstelldach hochmachen musst, um dieses Wohngefühl zu kriegen. Der immense Vorteil von den Fahrzeugen ist wirklich auch die Reisegeschwindigkeit. Also man kann da auch ein bequemes Reisen mit 140, 150 auf der Autobahn, also wirklich auch mal Strecke machen und kommt vorwärts. Und man kann natürlich auch, hat eine ganz andere Möglichkeit, auf Stellplätze zugänglich zu machen. Also auch mal Wege zu fahren, die vielleicht nicht so ganz ausgebaut sind. Und wo ich mir eben einfach keine Gedanken machen muss, ob ich da vorne wenden kann oder nicht. Also wirklich eine ganz tolle Art zu reisen und ich glaube auch ein ganz toller Einstieg, um mal in dieses Camping irgendwie reinzuschnuppern. Kennt ihr das auch, Laubbläser vorm Haus? Ich hasse Laubbläser. Da rennen die wieder da draußen rum und jagen drei Blätter mit ihren Laubbläsern durch die Gegend schon Stunden. Na, kann man nichts machen. Heutzutage ist es sehr, sehr beliebt, diese Campervans auch selber auszubauen. Also die gibt es entweder natürlich fertig von gewissen, von verschiedenen Firmen, die dann diese Aufbauten bauen. Oder man baut sie sich eben selber, nimmt wirklich nur diese nackten Transporter und dann werden die selber isoliert, selber ausgebaut. Da gibt es irgendwie tausende Videos und Anleitungen im Internet und auch ganz, ganz tolle und beeindruckende Beispiele. Und ja, kann man sich da auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen und sich auch so den Traum vom Wohnmobil etwas günstiger dann ermöglichen. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind die sogenannten klassischen Wohnmobile bis dreieinhalb Tonnen. Und hier gibt es schon mal zwei Unterscheidungsvarianten. Ich habe als Anschauung was mitgebracht hier unten. Und zwar gibt es diese Wohnmobile einmal mit einem Alkofen. Das sieht man hier oben ist quasi ein Bett drin, wo man ein festes Schlafbett, wo man drin schlafen kann. Und hier vorne hat man bei den Modellen so eine klassische Fahrerkabine, wie man es jetzt von einem Transporter kennt. Und hinten ist quasi ein Wohnraum, ein Wohnaufbau von einer x-beliebigen Firma aufgesetzt. Man kann sich also vorstellen, hier vorne ist der Fiat oder Mercedes Transporter und hinten wird eine Wohnkabine von Hyma oder von Leica oder von irgendeiner anderen Firma hinten draufgesetzt. Im Gegensatz dazu gibt es noch die sogenannten vollintegrierten Wohnmobile. Die würden dann so aussehen und zwar sieht man hier schon die Frontscheibe ist da ein ganz entscheidendes Kriterium. Die ist groß, die ist breit und das ist alles wie eine Kabine hier. Das ist auch alles aus einem Guss, weil es halt auch tatsächlich ein Fahrzeug ist, was rein für dieses Wohnmobil konzipiert ist. Also innen, der ganze Blechaufbau ist alles wohnmobil. Was dazu führt, dass das natürlich ein ganz tolles Wohnraumgefühl hat, wesentlich integrierter. Deswegen heißen die halt auch so, dass man sich vorne wie hinten quasi im Zuhause wie in einem kleinen Wohnzimmer fühlt. Also wir haben das sehr schätzen und lieben gelernt, weil wir mit so einer ähnlichen amerikanischen Variante ein Jahr durch die USA fahren konnten. Und hat ganz ganz tolle und hat auch ganz viele Vorteile und dazu komme ich aber gleich. Also diese hier, diese vollintegrierten, die sind meistens etwas teurer auch. Meistens deutlich teurer. Die sind nicht meistens, ich nehme es zurück, die sind deutlich teurer. Weil man hier einfach von der Stange ein Fahrzeug nehmen kann und hinten einen Wohnanhänger drauf setzt, eine Wohneinheit drauf setzt. Hier eben nicht. Und man hat natürlich bei dem hier immer hier oben ein festes Bett drin. Denn bei solchen Modellen gibt es oft die Möglichkeit eines Hubbettes. Hubbett, was hier an der Decke ist und was man so runterziehen kann hier vorne. Es wird dann so runtergezogen. Hat man dann natürlich oben eine gewisse Einengung, weil man so ein Hubbett hat. Und man kann es jetzt auch nicht als fixen Stauraum auch zum Beispiel verwenden. Dass man mal ins Alkofen, Kissen oder Decken oder was man am Tag nicht unbedingt braucht, da oben reinpackt, hat man hier nicht. Aber man hat dadurch eben diese Wohnkabine, dieses eher wohnliche Zuhause. Und die meisten Wohnmobile heute auch solche, die nennt man auch teilintegrierte Wohnmobile. Weil die haben zwar jetzt ein Fahrzeug, Chassis, ein Fahrzeug von, ein Zugfahrzeug von Fiat oder Mercedes, wo man auch deutlich noch merkt, dass das quasi eine Fahrerkabine ist. Aber dennoch versucht man den Innenraum so schön wie möglich auszugestalten, dass der übergangslos ist, dass der so ähnlich aussieht wie eben hinten. Und man hat insbesondere diese drehbaren Sitze. Also einen drehbaren kann ich hier auch mal kurz demonstrieren. Also hier hat man die Fahrersitzung und Beifahrer. Kann man alles wunderbar hier demonstrieren an diesem Modell. Und dann gehören die jetzt quasi so ein bisschen zur Wohneinheit dazu. Man kann sie an den Tisch hier heransetzen. Wir finden die Variante nicht ganz so praktisch. Wir haben lieber eine, insbesondere eine feste Sitzgruppe. Aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir im Detail dann über die Aufteilung sprechen. So und dann gibt es noch diese Kategorie jenseits der dreieinhalb Tonnen. Wenn dann quasi Gewicht und Größe keine Rolle mehr spielt, da kann man dann auch wirklich fantasievoll werden und kann riesige Wohnmobile eben generieren. Da können dann die Hersteller sowohl alles an Zubehör reinbauen und müssen nicht mehr so wirklich darauf achten, dass sie unter diesen magischen dreieinhalb Tonnen bleiben. Auch die Länge kann dann fast schon beliebig werden bis wirklich sehr groß. Die Größe von solchen Wohnmobilen bringt natürlich auch viele Nachteile mit sich. Das ist zum einen bei dem Bewegen des Fahrzeugs. Also man braucht da einen alten Führerschein. Mit einem neuen PKW-Führerschein darf man die gar nicht fahren. Wenn man dann nur bis dreieinhalb Tonnen Fahrzeuge bewegen darf, dann muss man zum Beispiel jedes Jahr TÜV machen mit so einem großen Fahrzeug. Man kann das nicht einfach in die Stadt an den Straßenrand stellen, weil da dürfen eben oftmals nur PKWs oder Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen parken. Man kann auch eigentlich in eine Stadt auf keinen Parkplatz damit fahren ab einer gewissen Größe. Das ist halt dann doch einschränkend. Das ist dann doch schon eher, wenn man darin auch wohnen will oder einfach den Komfort braucht und damit bequem von einem Campingplatz zum anderen fährt, wenn die Stellplätze groß genug sind. Wenn ich mit so einem Wohnmobil in der Größe in Europa unterwegs bin, ich denke da irgendwie an Italien oder Frankreich, irgendwelche kleinen Städtchen in der Provence, da kann es schon mal richtig eng und auch wirklich stressig werden oder kleine Bergstraßen. Deswegen ist für Europa eigentlich die clevere Variante aus unserer Sicht wirklich kompakter zu bleiben und wirklich so kompakt wie möglich und da so viel Wohnmobil wie möglich reinzukriegen. Ich würde aber im Rahmen dieses Videos fokussiere ich mich auf diese Kategorie bis dreieinhalb Tonnen, diese klassischen Wohnmobile, weil das ist aus meiner Sicht für dieses klassische Nutzerprofil, Familie mit eins bis zwei Kindern, ist das so das Gängigste, auf was man meistens dann am Ende treffen wird. Und damit fangen wir direkt mit einer extrem schwierigen Frage an, möchte man einen Alkofen haben oder keinen Alkofen haben? Ein Alkofen ist eben dieses Bett im Frontbereich, ist so ein bisschen wülstiger Vorbau. Man hat eben damit den Vorteil, dass man ein großes fixes Bett in dem Frontbereich hat, was man nicht extra umbauen muss, um zu schlafen. Und damit ihr euch so einen Alkofen mal vorstellen könnt, zeige ich euch mal ganz kurz in unserem Wohnmobil. Also hier sind wir jetzt gerade in unserem frisch renovierten, 40 Jahre alten Wohnmobil Oldie und haben eben hier oben auch ein schönes, großes Alkofen. Das ist ein festes Bett und durch einen Alkofen ist im Prinzip auch die Wohnhöhe nicht besonders eingeschränkt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Hubbett hat, ein Hubbett ist ein Bett, was man von der Decke runterziehen kann, dann ist die Wohnhöhe schon so ein bisschen eingeschränkt. Und man muss natürlich, man kann in so ein Hubbett jetzt, man kann das nicht als Stauraum benutzen. Jetzt in einem Alkofen haben wir eben in der Vergangenheit gelernt, das ist schon ganz praktisch. Da kann man auch mal irgendwie große sperrige Jacken oder Kissen oder Bettzeug, was einem hinten im Bett irgendwie stört, das kann man mal da oben reinschmeißen, Vorhang zumachen. Dann ist das halt weg für einen Tag. Das kann man jetzt beim Hubbett zum Beispiel nicht machen. Die Nachteile von so einem Alkofen beziehungsweise auch Vorteile von einem vollintegrierten Wohnmobil sind natürlich, dass ein Alkofen hat ein bisschen höheren Spritverbrauch. Und bei einem vollintegrierten Wohnmobil ist es natürlich auch doch so, dass der ganze Wohnraum schon so ein bisschen wie aus einem Guss sich anfühlt. Und wir konnten ein vollintegriertes Wohnmobil ein Jahr lang in Amerika kennenlernen. Das war unsere Lady hier und mit der sind wir wirklich über ein Jahr durch Amerika gefahren. Und da haben wir insbesondere, muss ich sagen, diese riesige Frontscheibe wirklich kennen und lieben gelernt, weil man darf es gar nicht so sehr unterschätzen. Also in einem Wohnmobil muss man daran denken, dass viel am Wohnmobil Urlaub macht auch das Fahren aus. Also dass man wirklich von einem schönen Ort zum nächsten fährt. Und wir, also ich und Katrin, wir haben wirklich die schönsten Momente im Wohnmobil gehabt, wenn die Kinder in ihren Sitzen geschlafen haben. Und wir abends, wir sind meistens abends mit dem Wohnmobil gefahren, wir abends dann durch irgendwelche tollen Landschaften gefahren sind, den Sonnenuntergang gesehen haben. Und wenn man da in so einer riesigen Kinofrontscheibe sitzt, dann war das einfach ein ganz, ganz tolles Fahrgefühl. Und man saß auch da vorne so ein bisschen drin, ja, wie in seinem Wohnzimmer, als ob man mit seinem eigenen Wohnzimmer durch die Gegend fährt. Und es fühlt sich bei einem klassischen Alkoven- oder teilintegrierten Wohnmobil eben schon immer so ein bisschen an. Man fährt vorne in einem kleinen, ja, man geht vorne in seinen kleinen LKW und fährt mit dem eben durch die Gegend. Das ist schon ein Unterschied, den man im Hinterkopf behalten sollte. Und bevor es gleich weitergeht zum Thema Aufteilung, ein ganz wichtiger Punkt, den ich fast vergessen habe. Also ich würde empfehlen, wirklich ein Wohnmobil niemals neu zu kaufen. Ich würde auch ein Auto empfehlen, nicht neu zu kaufen. Aber insbesondere beim Wohnmobil gibt es da aus meiner Sicht noch ein paar Punkte, die wirklich noch mehr dafür zu sprechen, noch mehr dafür sprechen, ein Wohnmobil gebraucht zu kaufen. Also jeder von uns weiß den riesigen Wertverlust, den Fahrzeugen in den ersten drei Jahren ungefähr hat. Und insbesondere muss man sich immer bewusst machen, ein Wohnmobil ist so eine teure Anschaffung. Also jeder, der ein Wohnmobil hat, der wird es auch wirklich unheimlich gut pflegen und hüten und überdacht wahrscheinlich hinstellen und alles daran machen, dass es toll und wunderschön bleibt. Und die Belastung von einem Wohnmobil ist halt auch was ganz anderes wie bei einem Fahrzeug. Also ich fahre wie bei einem normalen Auto. Ich fahre jetzt mit einem Wohnmobil nicht jeden Morgen mit einem Kaltstart kurz zum Bäcker und zurück, sondern ich bewege das eben ein paar Mal im Jahr mit einer ganz gediegenen Fahrweise auf einer Autobahn. Ich tue weder die Bremsen noch die Stoßdämpfer noch tue ich irgendwie das Fahrwerk oder sonst irgendwelche Komponenten wirklich belasten aus meiner Sicht. Und deswegen denke ich, dass man wirklich gedroht auf jeden Fall zu einem gebrauchten Wohnmobil tendieren sollte, um einfach ein bisschen Geld zu sparen und was heißt ein bisschen, um einfach sehr viel Geld zu sparen. Der nächste Punkt ist die Aufteilung. Jetzt haben wir uns also entschieden, ob man Alkoven oder kein Alkoven haben wollen. Jetzt gilt es darum, wie soll die Aufteilung in einem Wohnmobil sein. Und da kann ich euch sagen, da gibt es wahnsinnig viele gute Varianten, aber auch mindestens genauso viele katastrophale Varianten. Also es gibt wirklich Aufteilungsvarianten in einem Wohnmobil, die sich einfach beengt anfühlen, wo die Decke relativ flach ist, wo irgendwie eine Sitzgruppe, eine Küchenzeile irgendwie so im Weg ist, dass man wirklich insgesamt ein sehr beengtes Gefühl hat. Und es gibt Varianten, die einfach toll durchgeplant sind, wo ich eine feste Dusche und alles wunderschön drin habe und trotzdem das Gefühl habe, ich habe ein tolles Raumgefühl. Und das, was sich für uns als wichtigster Punkt herauskristallisiert hat, wo wir auch immer anfangen, wenn es um das Thema Aufteilung geht, ist die feste Sitzgruppe für vier Personen, die wir halt nicht missen wollen. Das bedeutet, dass ich ohne groß umzubauen einen Tisch habe und zwei Sitzbänke, wo ich eben vier Leute hinsitzen kann. Und das jederzeit und schnell und sofort. Und warum, werde ich euch kurz erklären. Und weil ich jetzt gerade kein Wohnmobil zugänglich habe, ohne eine feste Vierersitzgruppe, zeige ich es euch nochmal an dem Modell von vorhin. Also hier kann man quasi, die Sitze sind eben so gedreht, die könnte ich jetzt drehen. Und es ist auch relativ, wie es in Wirklichkeit auch wäre. Also man hat jetzt hier den Fahrer, den kriegt man schon relativ nah auch an so einen Tisch. Den Beifahrer ist dann schon so ein bisschen schwierig. Manchmal kann man die Tische noch ausziehen, wobei dann natürlich schwierig wird, dass dann der Weg abgeschnitten ist. Also die Fahrer und Beifahrer kommen dann nicht mehr hinter, wenn dieser Tisch hier rübergezogen wird. Also es ist möglich und es ist auch kein Weltuntergang. Aber wenn man eben jetzt davor steht vor dem Kauf, dann würden wir wirklich dafür tendieren, dass man ein Wohnmobil hat mit einer fixen Sitzgruppe. Und am besten zeige ich euch die Sitzgruppe mal direkt hier bei uns im Wohnmobil. Also wir haben hier einen relativ großen Tisch und eben diese tolle feste Sitzgruppe mit einem stabilen Tisch, wo wir einfach dran spielen, essen können, Zeit verbringen können und dann direkt wieder aufstehen, Sachen abräumen und weiterfahren. Diese Sitzgruppe braucht natürlich ein bisschen Platz in der Aufteilung. Also sprich, ich habe dann vorne schon einen gewissen Batzen an Platz benötigt. Da muss es hinten raus eben clever geplant werden, gerade mit den weiteren Betten. Und die beste Variante aus unserer Sicht ist da, wenn man hinten dann für Kinder Stockbetten hat. Und wir haben in unserem Wohnmobil auch solche Stockbetten. Wir haben die hinten links an der Seite, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist halt auch, die Kinder lieben die. Also wir haben die auch so ein bisschen kuschelig eingerichtet. Lieben die unheimlich, dass jeder auch sein kleines eigenes Reich hat. Und das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Wenn die Kinder klein sind, dann mögen die das vielleicht noch sehr, zusammen zu schlafen und mit dem Bruder oder Schwester zu kuscheln. Aber erst spätestens, wenn sie größer sind, irgendwann haben sie da nicht mehr so viel Lust drauf. Und dann ist es gut, wenn jeder sein eigenes kleines Bett hat hinten. Durch diese Stockbetten schafft man es dann trotz dieser festen Sitzgruppe, das ganze Thema mit insgesamt vier fixen Betten in eine recht kompakte Größe noch zu kriegen. Also da kann man dann in einem Wohnmobil von circa sechseinhalb Metern eben wirklich das alles integrieren. Während wenn ich jetzt sage, dass ich hinten ein Doppelbett haben will statt Stockbetten, dann wird das Ganze halt um 80 Zentimeter länger. Und 80 Zentimeter länger, das merkt man halt spätestens, wenn man in einer Stadt unterwegs ist, einen Parkplatz sucht oder irgendwie einen kleinen Weg irgendwie manövrieren muss. Und wir finden schon, dass man bei einem Wohnmobil versuchen sollte, so kompakt von der Größe wie möglich zu bleiben. Und wenn man es jetzt noch schafft, diese kompakte Größe in eine feste Dusche mit zu integrieren, ist natürlich perfekt. Denn da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt Duschen, die quasi einen Raum sind, wo quasi eine Toilette und eine Dusche alles in einem ist. Also das ganze Bad wird plötzlich zu einer Dusche umgewandelt. Das ist natürlich platzsparender, aber auch etwas unkomfortabel. Wenn man da dann duscht, ist irgendwie alles nass. Und in unserem Niesmann-Bischof-Oldie ist es wirklich so, dass man mit den Stockbetten dann noch eine feste Dusche hat, eine relativ große und noch ein kleines Bad mit Waschbecken. Und da hat man eigentlich alles, was man braucht. Dann kommen wir zu einem weiteren Muss neben der Sitzgruppe. Das sind Fahrradträger. Ja, ganz klar, Fahrräder sind sehr wichtig im Wohnmobil. Man kann dann ein bisschen außerhalb von der Stadt parken. Man ist mobil. Und wegen der Fahrradträger-Variante, da würden wir empfehlen, die Fahrräder wirklich hinten ans Heck zu montieren. Da gibt es verschiedene Varianten bis zu, was weiß ich, wie viele Fahrräder. Und dann hat man halt den Vorteil, dass man die aus dem Wohnmobil draußen hat und innen mehr Platz hat. Es gibt nämlich auch die Varianten von solchen Garagen, die meistens im Heckbereich sind, wo man auch die zwei bis drei Fahrräder reinschieben kann. Also die würde dann so aussehen. Würde man hier quasi aufmachen. Und hier kann man eben auch Fahrräder reinladen, was dann natürlich dafür sorgt. Ich weiß gar nicht, ob das hier wirklich so beachtet wird. Ah, genau. Das ist genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Man sieht jetzt natürlich hier das Bett. Das muss dann erhöht sein. Also die Betten an sich, die sind dann erhöht. Da muss man von hinten ein bisschen reinklettern, weil natürlich drunter die Fahrräder Platz brauchen. Also meine Empfehlung wäre hier wirklich, dass man die Fahrräder hinten platziert und sich den Platz hier drin entweder spart oder auch ein Wohnmobil hat eine Variante, wo das Bett hinten flacher ist. Ist dann ein bisschen mehr Platz einfach im Schlafbereich. Das ist eine persönliche Sache. Muss man sich mal selber angucken, muss man mal reingehen in so ein Wohnmobil und überlegen, habe ich lieber die Variante mit einem Bett, was hinten hoch geht oder mit einem normalen Bett hinten beziehungsweise, was ich ja auch gesagt habe, diese Stockbett-Variante. Stauraum. Stauraum ist ohnehin ein wichtiges Thema. Und auch hier gibt es ähnlich wie bei der Aufteilung wirklich ganz tolle Lösungen, aber auch ganz bescheidene Lösungen. Also wir haben auch schon Sitzbänke gehabt, die sind komplett hohl und da ist noch nicht mal eine Klappe, wo ich irgendwie drankommen könnte. Oder man muss irgendwie alles umbauen, um unten dran zu kommen. Also da gibt es wirklich ganz gute und ganz schlechte Varianten. Und da empfehle ich euch wirklich mal, dann auch vielleicht in so eine große Wohnmobilausstellung zu gehen und euch das mal ganz in Ruhe anzugucken, wie der Stauraum da aufgeteilt ist, wie durchdacht das Ganze ist und wie viel Stauraum es am Ende gibt. Manche Wohnmobile verfügen auch über einen sogenannten doppelten Boden. Das ist dann ein großer, durchgängiger Stauraum. Den kann man von allen Seiten auf den Zug greifen. Natürlich sind die Wohnmobile dann wesentlich höher, aber die haben zum einen den Vorteil, dass man halt wahnsinnig viel Stauraum unten drin hat und auch beim Wintercamping eine Isolationsschicht einfach hat. Also einfach nochmal eine deutlich bessere Wärmeisolation hat, dass hier nichts einfriert, weder Wassertanks noch irgendwelche Füße einfrieren. Bei all der Zuladung darf man natürlich auch nicht vergessen, aufs Gewicht zu achten. Also die Wohnmobile sind auf bis dreieinhalb Tonnen zugelassen. Das sollte man möglichst nicht überschreiten. Und da sollte man auch mal drauf achten. Was ist denn das Leergewicht von dem Wohnmobil? Denn es geht relativ schnell, dass man mit einem halbvollen Wassertank, mit zwei Personen im Wohnmobil, mit Fahrrädern, mit Kindern, ganz schnell ein paar hundert Kilo zusammen hat und dann diese Grenze überschreitet. Also das darf man nicht aus den Augen komplett verlieren bei all den Stauraumvarianten. Deswegen ein bisschen aufs Gewicht achten. Und auf was ihr achten solltet, ist eine gewisse Raumhöhe. Das haben wir jetzt so ein bisschen kennengelernt. Zuletzt bei unserem Wohnmobil Oldie, den wir renoviert haben, der wirklich eine sehr, sehr angenehme, sehr hohe Raumhöhe hat. Und was zum einen dazu führt, dass die Seitenschränke sehr groß sind und sehr viel Stauraum mit sich bringen, aber es ist auch einfach, dass man sich nicht eingeengt fühlt. Man hat das Gefühl von Offenheit und es ist ein bisschen größer, offener alles. Also darauf achten, Raumhöhe. Jetzt haben wir uns schon eine ganze Menge überlegt. Wir haben überlegt, Alkofen oder ein eher vollintegriertes Wohnmobil. Wir haben uns die Aufteilung Gedanken gemacht. Wir haben über den Stauraum geredet. Jetzt geht es um das Thema Ausstattung. Also was in dem Wohnmobil drin sein sollte aus unserer Sicht, auf was wir nicht mehr verzichten wollen oder auf was wir vielleicht gerade in Zukunft eher gut und gern auch verzichten könnten. Also für uns ist ein Thema ganz wichtig, dass wir mit dem Wohnmobil auch gerne autark stehen können möchten. Autark stehen heißt einfach ohne Stromanschluss, ohne irgendwie Wasserzufuhr oder sonst irgendwas, irgendwo sich hinzustellen und da ein, zwei Tage auch bleiben können. Dafür ist halt wichtig, dass man eine gewisse Stromversorgung eben hat und auch die Wassertanks und so entsprechend ausgelegt sind. Insbesondere die Stromversorgung kann man dann durch ganz viele Varianten lösen. Also da will ich auch gar nicht ins Detail gehen. Da kann man natürlich dafür sorgen, dass man entsprechend Solar auf dem Dach hat, was eine gewisse Nachladung mit sich bringt. Man kann aber auch einfach eine gute Ausstattung mit guten Batterien haben. Da gibt es mittlerweile Lithium-Ionen-Batterien, wenn man da zwei große drin hat und über einen sogenannten Ladebooster, über die Fahrzeuglichtmaschine mitlädt. Da kommt es halt einfach auf euer Campingverhalten an. Wenn ich also oft unterwegs bin, wenn ich jeden zweiten Tag oder jeden Tag zu einer neuen Strecke irgendwo anders hinfahre, dann reicht es mir aus, um die Batterien komplett wieder aufzuladen. Da brauche ich auch keine Solarzellen auf dem Dach. Wenn ich aber natürlich vorhabe, wirklich mal fünf Tage irgendwo zu stehen, wo es keinen Stromanschluss gibt, dann braucht man natürlich Solarzellen auf dem Dach, um die Batterien geladen zu halten. Und da gibt es natürlich auch Spielereien wie Wechselrichter, dass ich dann 220-Volt-Geräte anschließen kann. Ich kann bis dahin gehen, dass ich auch einen Föhn und eine Kaffeemaschine anschließen kann. Da brauche ich halt einen großen Wechselrichter und viele und relativ starke, also Lithium-Ionen-Batterien am besten. Und dann kann man auch das realisieren. Wobei, da muss ich sagen, da sollte man wirklich versuchen, auf so viel Luxus wie möglich zu verzichten, weil das ist gerade das, was das Camping ausmacht. Also wirklich, was man braucht, ist Strom. Man will ja abends ein bisschen Licht auch mal haben. Da braucht man aber auch nicht viel aus unserer Sicht, um mal Handys zu laden und die LED-Beleuchtung zu betreiben. Da braucht man wirklich kein großes Setup für. Wasser zum Duschen ganz toll. Warm Wasser wird über Gas gemacht. Das ist eigentlich auch in jedem Wohnmobil drin. Das ist auch nichts Besonderes. Und einen Kühlschrank und eine Heizung, wenn es kalt wird. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Alles andere ist schön, wenn man es zu Hause hat. Aber das braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man unterwegs ist. Denn wir haben auf unseren Reisen immer gemerkt, je weniger man hat und je rudimentärer man irgendwie lebt, desto entspannter und desto freier hat man sich einfach gefühlt. Deswegen empfehlen wir, verzichtet auf so viel Luxus wie möglich und nehmt wirklich nur das mit, was ihr braucht. Auf was man allerdings achten sollte in Sachen Luxus, ist, dass man einen großen Kühlschrank ist, immer gut zu haben, wirklich großen, gut funktionierenden Kühlschrank und auch die Dusche ganz wichtig zu schauen, dass da eine einigermaßen gute Pumpe und auch Duschkopf verbaut ist, sodass man ein bisschen Wasserdruck hat und auch der Duschstrahl an der Dusche irgendwie angenehm zum Duschen ist, dass das nicht nur irgendwie so rauströpfelt. Gerade wenn man vorhat, auch mal autark zu stehen, ist das schon ein Unterschied und macht deutlich mehr Spaß, dann mit einem anständigen Wasserdruck zu duschen. Auf was man auch noch achten sollte, ist, dass die Abwassertanks, nee, nicht die Abwassertanks, die Frischwassertanks eher, dass die auch eine ausreichende Größe haben und dass man da auch mal ein paar Tage auskommt und vielleicht mal jeder in der Familie auch mal autark irgendwo duschen kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt 200 Liter, glaube ich, einen Frischwassertank. Das ist schon ordentlich und absolut ausreichend, aber es gibt auch Wohnmobile, wo deutlich kleinere Tanks verbaut sind. Ist natürlich auch ein Gewichtthema, wenn man die voll macht, ist man schwerer, logisch. Aber jetzt so ein 80, 90 Liter Tank ist halt schnell auch verbraucht. Mit ein bisschen Händewaschen und so weiter steht man ohne Wasser da. Deswegen ausreichende Tanks drauf achten. Jetzt aber weiter zur Ausstattung. Bitte keine Schüssel aufs Dach machen lassen oder installieren. Kostet ein paar tausend Euro wahrscheinlich, kann sich irgendwie lustig drehen und dann hat man irgendwie RTL und ZDF-HD. Finde ich aber sehr unnötig, weil es erstens sehr teuer ist und man heutzutage aus meiner Sicht eigentlich keine SAT-Anlage mehr braucht, weil man könnte, wenn man unbedingt Fernsehen muss, kann man sich einen Datentarif besorgen, dann auch jegliche Sender über die Mediathek gucken oder auch über ein Bezahlabo dann auch die ganzen Privaten sich auch angucken. Wenn man das braucht, ich würde empfehlen, dass man Fernsehen am besten zu Hause macht und unterwegs braucht man das eigentlich nicht. Also wir haben es in der ganzen Zeit, wo wir mit Wohnmobilen reisen, so gut wie noch nie gebraucht. Was vielleicht ein ganz guter Tipp noch ist, dass man bei vielen Streaming-Diensten sich zum Beispiel auch Filme downloaden kann und offline verfügbar machen kann. Und das hat uns immer völlig ausgereicht, wenn man im zweiwöchigen Urlaub auch mal ein- oder zweimal am Abend mit der Frau irgendwie einen Film gucken kann und die Kinder ein paar Kinderserien dabei haben, so für einen Notfall. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Ganz wichtig noch in einem Wohnmobil ist allgemein die Helligkeit in Freundlichkeit, Helligkeit. Nicht nur helle Farben, aber auch so viele Fenster und so große Fenster wie möglich. Insbesondere Dachfenster. Wenn ich hier mal wieder demonstrieren darf, dieses Modell, kein Dachfenster, gibt es eigentlich nicht. Es ist sehr schlecht. Gerade auch beliebt sind diese Panorama-Dachfenster, die 40 auf 70, glaube ich, und sind dann eben breiter. Und das ist schon eine schöne Sache, wenn man solche offenen Fenster hat, da wird der Innenraum deutlich heller. Hier sieht man so ein klappendes Dachfenster und hier hinten sogar tatsächlich ein tolles, großes Panorama-Fenster, diesmal längs eingebaut, aber oftmals sind die auch schräg eingebaut. Und auch die Seitenfenster, wenn die größer sind und wenn da mehr sind, ist eben mehr Licht drin. Macht in so einem Wohnmobil wirklich sehr, sehr viel aus. Ja, weitere Ausstattungsthemen, zum Beispiel Musik im Wohnmobil, ist so meine Herangehensweise. Also ich würde jetzt nicht unbedingt viel Geld ausgeben für eine teure, integrierte HiFi-Lösung, weil die sind sehr teuer, die sind auch meistens eher eingeschränkt. Also was ich euch da empfehlen würde, wir haben zum Beispiel so eine Bose-Box hier dabei, wo man eben über unsere Handys die Playlists abspielen können, wo die Kinder ihre Hörbücher auch abspielen können. Und den Sound, den man mit sowas bekommt, der ist mindestens so gut wie mit den verbauten Varianten, die teilweise halt auch schon sehr teuer sind, wenn man die dann vom Werk aus dazu bestellt. Und alles, was man an Multimedia und HiFi, an Boxen und den CD-Wechsler, wenn es ihn überhaupt noch gibt, oder Festplatten da mit verbaut, ist natürlich auch zusätzliches Gewicht. Also wir finden die Variante mit einer separaten, guten Bluetooth-Box eigentlich sehr, sehr gelungen. Man kann diese Box dann auch einfach mit rausnehmen, wenn man mal vorm Wohnmobil sitzt. Also es ist wirklich perfekt. So, auf meinem Zettel steht jetzt schon Fazit. Zusammengefasst gilt. Zusammengefasst gilt natürlich, dass die Entscheidung für ein spezielles Wohnmobil halt eine ganz individuelle Entscheidung ist, aber auch keine einfache Entscheidung. Es gibt wirklich unheimlich viele Faktoren, die wir jetzt so ein bisschen schon kennengelernt haben, die es zu berücksichtigen gibt. Und daher empfehlen wir, dass ihr das für euch am besten erst mal testet. Also ich würde wirklich empfehlen, ein Wohnmobil sich zu überlegen, was für einen am besten passen könnte und genau dieses Modell dann auch versuchen zu mieten. Also diese Kategorie oder diese Variante versuchen zu mieten und es einfach mal zu testen. Jetzt, mieten ist auch nicht wirklich günstig. Ein bisschen günstigere Variante gibt es zum Beispiel bei Paul Kemper. Da kann man gebrauchte, beziehungsweise Wohnmobile von Privatpersonen mieten oder, ich muss gerade mal gucken, oder Share a Camper gibt es auch noch. Da kann man auch mal gucken, ob es da vielleicht in der Nähe ein Wohnmobil zu mieten gibt, was einigermaßen passt und nicht ganz so teuer ist. So, ich bin am Ende von einem Video. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen vielleicht helfen konnten auf dem Weg zu eurem Traumwohnmobil, dass wir euch so ein paar Inspirationen oder ein paar Denkanstöße geben konnten. Ihr könnt mir wirklich sehr gerne Fragen stellen. zu allen Themen rund ums Wohnmobil, die ihr habt. Ich antworte darauf sehr gerne. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erst mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020